Und damit willkommen zurück zum zweiten Part von Super Mario 64. Oh mein Gott. Ist der Hype noch da von dem Let's Play? Ich schätze mal nicht. Letztes Mal haben wir die Welt hier abgeschlossen. Und wir machen jetzt hier nicht weiter, denn ich sehe gerade. Man sieht hier scheint jetzt ein schönes weißes Licht rein. Und ja, wir müssen jetzt hin und das ist eine der verhasstesten Missionen, die ich je hatte. Also, denn, lol. Komm, komm, komm. Wo ist sie? Als ob ich die jetzt noch habe. Und hier sind es wieder so Dinge, wo ich sagen will, die will ich sie. Wenn ich das im First Try schaffe, dann wichse ich mir jetzt gleich ein. Ich sage es euch so geil, Alter. Als ob! Ich habe beim letzten Mal durchspielen, ohne Beschiss, ohne Beschiss hier, ich habe das Ganze ca. 30 Mal gemacht. Ich habe es nicht hinbekommen. Und jetzt haben wir hier eine Flugkappe. Also, wir sind hier drin. Hier in diesen roten Kästen, bla bla bla. Und wir brauchen einen Stern für die roten Münzen. Als ob das gerade funktioniert hat. Ich würde mal sagen, es läuft bei uns. Ja, es läuft zu leicht. Und jetzt können wir endlich das ja auch machen. Ja, jetzt können wir noch die drei Sterne genau holen. Äh, find the redded coins, weil ich das mache einfach mal. Und... Äh, wie geht das? Wie geht das, wie geht das, wie geht das, please, sagt's mir. Einfach hier rein, ja. Und hier hoch. Ja, doch, hier oben bekomme ich noch eine. Und ich gebe den Trick, man muss einfach hier hin, also an die Kante und einfach hoch. Schießen, ist eigentlich easy. Und ja. Weiß ich, ob man mit zwölf Sternen im ersten Part zu... Äh, elf Sternen im ersten Part zufrieden sein soll. Ich hoffe mal schon. Ich hoffe mal. Bin mir auch nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Ich schätze mal. Ich schieße einfach... Das ist nicht mal die Mitte, treffe ich hier. Hallo. Ich kann damit nicht genau ziele. Doch, jetzt ungefähr. Äh, ja, es lief ja schon mal gut. Wir müssen durch nämlich diese... ...sechs... ...dummen... ...soll ich jetzt versuchen? Als ob, hab's doch geschafft. ...easy... ...easy... ...ääh, wo sind noch Sternringe? Ich versuch das Ganze einfach nochmal. Komm, rein da. Komm, 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 komm. Einfach rein. Und... ...ja, so. Nein... ...komm, aber jetzt irgendwas noch erwischen. Nee, doch nicht. Oh, fuck. Aber ich... ... hätte ja versucht, noch dicht zu bekommen. Das ist... ...geht nicht. Komm mal, es tut mir leid. ...ja... ...s geht... ...nicht... ...nicht... ...und ich hätte eigentlich letztes Mal die roten Münzen sammeln können, denn ich... ...wär die 100 roten... ...gelben Münzen ja jetzt mit denen... ...ja... ...ääh... ...zusammen machen, denn... ...ich glaub, ich muss einfach hier genau in die Mitte. Wisst ihr was? YOLO! YOLO! Please! Ach, komm! Ach, komm, moooon! Jetzt ist es aber witzlos. Langsam wird es witzlos. Komm, jetzt geht aber was. Ja, nice. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich hinfliegen soll. Ah, hol dir halt die Schiss! ...undsinnlich verdumpt! Wo ist... Ich bin... ...ich bin völlig... ...orientierungslos und versuche jetzt mal nur mit normal springend. Komm, 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 komm! Das geht so doch nicht! Da... Die eine Münze da oben ist... Die eine Münze da oben ist das? Sehr fucking ernst! Endlich ein Hochdank... ...ääh... ...Lieb-Spiel! Das... das ist echt zum... Das ist echt zum Kacken hier! Ich weiß nicht mehr, wo ich hinschieße... ...sehe ich doch! Ja, klasse! Ich glaube, das hier war eigentlich so eine... ...nicht so... ...komm! Ich hasse es so sehr! Und jetzt auch noch vorbei! Doch wieder hoch! Sind wir da oben? Wir sind wieder auf der Insel! Weil... Wo sind wir? Wir sind doch auf der fucking... ...Insel, Alter! Aber... Ne, nicht wieder rein! Ich glaube, das Ganze geht nämlich gleich weg! Ach so, wir können einfach einen auf den hier machen! Da müssen wir... ...äähm... ...das Ganze nicht... ...ääh... ...da müssen wir... ...nicht... ...uns nicht runterschießen! Ja! Und du... ...dummes Kack-Ding! Jetzt... Jetzt hol dir diese dumme Münze! Also! Jetzt mal genau zu sehen! Ich schieße mich jetzt genau hier durch! Denn hier, schätze ich mal... ...war das! Please! Oh! Fuck you! Und wir haben es! Und jetzt nur noch... ...die heiligen 100 roten... ...ääh... ...nicht die roten! Ist... ...eiglich egal welche Münzen, aber... ...irgendwa... ...ääh... ...die gelben Münzen... ...so... ...blablablabla! Was rede ich hier schon wieder? Ja... ...ääh... 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 ...he ich es doch geschafft! Haben wir es doch noch geschafft! ...in dem Part! Ha! Okay! Und wir sind schon... ...man sieht schon, wie schlecht ich... ...schwerde... ...ääh... ...okay, das war jetzt wieder gut! ...guuuut... ...guuuut... ...und... ...jetzt... ...dich hier nach vorne, damit... ...die beide gleich mal explodiert... ...dich auch einfach irgendwo hin... ...schießen, aber nicht auf mich... ...verdammter Kack! ...und... ...ja... ...nicht diesen Stern hier einsammeln! ...nicht... ...nicht diesen Stern hier einsammeln! ...fuck joa... ...die roten müssen wir ja noch gar nicht einsammeln... ...alter ist das hier... ...man kann ja auch um die hier laufen... ...dann bekommt man auch... ...ein paar rote Münzen... ...ääh, ich meine... ...n paar gelbe Münzen... ...was... ...laber ich denn hier... ...wieder für'n Scheiss... ...eilige... ...oh ja... ...weiter, weiter, 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 weiter... ...ja... ...wieder fünf Münzen... ...es sind glaube ich sogar sechs... ...hoh... ...sechs... ...warte... ...ne, ne, ne... ...wir sind ja nicht im Kindergarten... ...sechs ist eine ganz normale Zahl... ...nicht wie in... ...der Grundschule... ...wie es im Deutsch... ...in Deutschland glaube ich heißt... ...ääh... ...wann es heißt... ...Volkschule... ...könnt ihr auch mal schreiben... ...wie heißt... ...ich weiß nicht wie es in Deutschland heißt... ...aber... ...so... ...ah... ...nimm jetzt die Bomben... ...woah... ...fass wieder mich getroffen... ...es ist so schön wenn's mich... ...mich fast trifft hier... ...und wieder auf dich hier noch vorne... ...bam... ...und ich kann hier nicht rein... ...aber... ...ich kann auch's hier machen... ...und... ...das jetzt hier runter gehen... ...ah... ...und... ...ich will... ...ja... ...wir müssen eigentlich... ...roten Münzen eigentlich zweimal sammeln... ...beziehungsweise ich will das... ...holst du dir die... ...wo ist die... ...gelbe Münze... ...gelbe Münze... ...hallo... ...da ist sie... ...ich würde sagen... ...ich sammle die roten gleich hier... ...und schneide euch das dann rein... ...denn... ...ich kann ja nicht zwei Sterne... ...auf einmal einsammeln... ...und... ...ja... ...also habt ihr mich verstanden... ...ich schneide... ...ich macht zwar jetzt... ...aber ich schneide euch dann das... ...dann rein... ...wo ich sie richtig hole... ...hoffentlich habe ich verstanden... ...und ja... ...den... ...what... ...ist auch noch tot... ...hier unten sind noch Haufen Münzen... ...oh... ...88... ...oh mein Gott... ...das ist ja eigentlich... ...leicht ausgehen... ...aber überhaupt mit dem Typen hier... ...was laber ich hier... ...ja... ...überhaupt mit dir hier... ...warte jetzt hier nochmal... ...fünf verdammte... ...Münzen... ...fucking Münzen... ...wie viele haben wir... ...zwei für fünf... ...rote Münzen... ...das ist schön... ...please... ...geh einfach... ...okay... ...das ist... ...siebte... ...ist das jetzt... ...oder... ...der 100 Münzenstern ist das jetzt... ...sammel ihn hier ein... ...ja... ...ist gut so... ...das ist der 100 Münzenstern... ...okay... ...wir haben schon mal die 100 Münzen... ...ja... ...und uns fehlt noch... ...zwei für sechs... ...sieben... ...uns fehlt noch eine rote Münze... ...die ist... ...wo... ...wenn ich fragen darf... ...ähhh... ...ich weiß nicht... ...würde ich mal sagen... ...aber... ...hmm... ...müsste jetzt rote Münze... ...ja... ...ich seh sie... ...ich seh sie... ...ich seh sie schon... ...jungs... 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 ...ja... ...und hier kommt jetzt der andere Stern... ...ist eigentlich egal... ...welchen wir einsammeln... ...ich sammle aber den anderen ein... ...weil jetzt... ...ähhh... ...wochen... ...beziehungsweise... ...jahre schwerer ist... ...dennach... ...hab ich's für euch gemacht... ...und der Rest ist eigentlich egal... ...figg dich einfach... ...heilige Kacker... ...und ich sammle jetzt bitte den richtigen ein... ...den hier... ...richtig... ...und ich werde es jetzt cutten... ...und euch dann den... ...richtigen... ...also den roten Münzstern... ...ersparen nochmal... ...wird mal sagen... ...dass wir uns gleich wieder... ...nach einem kurzen Cut... ...sehen... ...und damit haben wir jetzt auch... ...die so den roten Münzstern... ...ja... ...hi... ...hi... ...belass ich schnell noch treffen... ...natürlich jetzt... ...wo ich nicht aufnehme... ...ist schneller gegangen... ...war ja klar eigentlich... ...aber eigentlich... ...vollkommen... ...nein... ...egal... ...gerade was auf mein Handy geschaut ist... ...das ist also... ...vollkommen irrelevant... ...ah... ...wir sind ja schon fertig... ...mit der Welt... ...und zwei Parts sind schon... ...zwei Welten abgeschlossen... ...ja... ...es läuft... ...jetzt machen wir noch... ...diese Welt hier... ...die können wir auch noch... ...zum Teil abschließen... ...und... ...Parts werden so wieder... ...um die 20 Minuten lang gehalten... ...der erste Part war ja... ...ein bisschen länger... ...wild mach ich eigentlich immer so... ...ja... ...und wir werden natürlich jetzt versuchen... ...diese Welt hier auch noch... ...so gut wie möglich... ...drei Sterne sollten mindestens sein... ...den drei... ...fällen mir jetzt gerade so ein... ...die ich schnell machen kann... ...oh... ...muss jetzt nur mal... ...runter... ...und die machen wir noch mal... ...denn ich traue mich... ...keine Abkürzungen machen... ...lol... ...lol... ...was habe ich hier... ...als... ...ob... ...das... ...gerade... ...als... ...ich wollte abkürzungen nicht machen... ...was zur Hölle... ...what... ...altes Projekt... ...es beginnt sich zu entwickeln... ...es beginnt sich zu entwickeln... ...es hat... ...es ist... ...es ist... ...das ist ein Zeichen... ...es ist ein Zeichen... ...ja... ...das ist ein Zeichen... ...was ist denn Zeichen... ...es soll so sein... ...es soll so sein... ...das Projekt soll jetzt genau aufgenommen werden... ...man sieht es... ...seht euch mal diesen Skill an... ...ich wollte... ...er... ...ich schwöre... ...ich schwöre auf... ...mein ganz... ...ä... auf... ...auf... ...auf alles... ...ich schwöre echt... ...auf... ...alles... ...damit ich das nicht wollte... ...also hier runter... ...und wir machen es mal auf... ...school... ...was natürlich... ...kacke ist... ...ja... ...ich muss warten... ...bis du dich wieder umdreht... ...warte doch... ...biss Kopf... ...spring nochmal... ...ja... ...natürlich muss ich jetzt verfolgen... ...zu schön... ...ja... ...common... ...letzter Sprung... ...ja... ...nett spring... ...guuuut... ...und jetzt so hier... ...runter... ...ja... 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 ...schööööön... ...ist... ...das hier... ...ja... ...damit haben wir diesen Stern auch... ...ja... ...und... ...wir sind gut in der Zeit... ...wir sind echt gut in der Zeit... ...er kann ich jetzt echt mal schreiben... ...wie es läuft... ...zu jetzt so der Zeit... ...so mit... ...de... ...alter... ...17 Sterne... ...in 40... ...in fast 40 Minuten... ...alt heißt das krass... ...ne... ...ja... ...äh... ...Ping... ...BigPing... ...asso... ...das wollte ich ja eigentlich machen... ...aber habe ich dann im Endeffekt doch nicht gemacht... ...weil ich den Typen hier schon in der Hand gehalten habe... ...und ich werde nicht viel zu dem Ganzen hier sagen... ...sondern einfach... ...was... ...hallo... ...hallo... ...ja... 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 ...i würde gerne gegen dich ein Treinen fahren... ...danke... ...du... ...Typi... ...und jetzt geht's ja nicht... ...als... ...bist du ja nicht geistgestört... ...piss dich... ...ja... ...piss dich... ...alter... ...den die... ...das Ganze hier normal zu fahren... ...ist bisschen schwieriger... ...ich finde... ...denn... ...der ist so geistesgestört und fährt dann immer hinten drauf... ...bin mir gar nicht sicher... ...wenn ich jetzt runterfahre... ...eh... ...gefahren wäre... ...wo ich... ...geflogen wäre... ...wo ich vorher war... ...ob das... ...ob mir das zählen würde... ...denn... ...es gibt doch die Abkürzung... ...und wenn ich die gemacht hätte... ...ähm... ...dann wäre das Ganze... ...nicht so schön ausgegeben... ...wenn der nämlich sagt... ...äh... ...du hast die Abkürzung genommen... ...die kenne ich... ...aber die mach ich nicht... ...weil ich nicht zu cool bin... ...äh... ...nicht so scheiße bin wie du... ...äh... ...ja... ...das... ...genau das sagt der... ...das...genau das sagt der Typ... ...ja...ja...ja... ...fuss... ...blablabla... ...das interessiert mich... ...alles nicht... ...das interessiert mich nicht... ...alter... ...hä... ...wieso ist das... ...wie ist der noch gar nicht hier... ...aber leider müssten wir... ...hä... ...müsst du jetzt ernsthaft... ...wohl oder übel hier... ...de Münzen machen... ...hä... ...ja... ...mega kacke... ...mega kacke... ...ja... ...aber eigentlich auch egal... ...ne... ...ne... ...nein... 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 ...ja... ...ich...de-de-de... ...ich kehren mich da schon aus... ...den ich habe das schon... ...auf genug gemacht ja... ...Pokémon jetzt nicht ernsthaft wieder... ...hä... ... wirelesset... Jetzt aber egal... ...dann geschafft uns eh sowieso locker... ...und hela... ...als ob... ...easy... ...nein... äh wie ist der Typ hier schon unten? ach so denke ich mir gerade bin ich eigentlich behindert ähm der Typ soll hier da unten sein jetzt gehen wir noch hier rü hier rü oh verpiss dich halt einfach oh lol oh was? ja 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 man sieht schon wieder der Skill ist ja so gut vorhanden ich darf nicht schön doch ich weiß auch nicht Sterne die wir machen können da hast nicht schön komm 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 dann waren das dann auch schon wieder alle Sterne in dieser Welt also in der nächsten also in jedem Part der Welt das ist eigentlich äh muss ich sagen läuft alter was machen wir ja was machen wo alter alter fuck das ist knapp das ist knapp das ist knapp das ist knapp gebessern und hier können wir jetzt auch einfach wenn die Kamera mitspielt oh wir schaffen es dennoch oh wieder mal er hatte wieder mal keinen Weitsprung gemacht ist ja auch eigentlich normal bei den Typen ja aber egal und ich trau mich nicht höher schießen oh come on geht's doch nicht boah boah ist das ganze jetzt schon offen wenn nicht dann hau ich dich alter hm das ist nicht schön das ist so ganz und gar nicht schön wenn ich mal sagen und es siehts ja von oben glaube ich schon ist offen ich glaube es ist nicht offen ich spring sowieso hier runter also ist es eigentlich egal aber alles klar heilige es sieht so aus wie wenn es offen ist es könnte aber auch ein Grafikfehler sein deshalb machen wir es achso schon offen ok noch weiter in die Luft ok war schon offen war schon offen ist gut so ist gut ist ja alles so easy als boah alter wenn ich jetzt gegen den Zaun wäre ich hätte mich ich hätte mich umgebracht und hier soll über euch sollte man hier rüber springen denn die würden ja eine in die Luft und das ist nicht so schön hier ja ich habe ein schönes herz ist das nicht geil naja ich sollte eigentlich einen Wandsprung machen aber man kann es auch mit den mit einen ja so und das müssen wir jetzt auch gut timen denn obwohl geht es nicht auch so warte mal warte mal warte mal es geht auch so soweit ich weiß lass mich mal fair suchen boah alter das geht echt das geht halt echt komm komm mach das jetzt Mario als ob top easy oder aber würde ich sagen was für die Part ist 21 Minuten Part ungefähr und dann sagen haut rein und bis zum nächsten mal bei Super Mario 64 Skill ist schon mal vorhanden leichter würde ich sagen auch fail tschüssi scht weh بت j j j Bis zum nächsten Mal.